Willkommen zum Krypto-Advent 2020, dieses Mal natürlich Corona-bedingt, auch online. Normalerweise war der Krypto-Advent so eine unregelmäßige Veranstaltung, wo wir uns in Kiel getroffen haben. Bisschen Glühwein, bisschen Kekse dazu, Lebkuchen, was dazugehört und ein paar Vorträge zum Thema Kryptographie, Sicherheit, Sicherheitslücken und so weiter und so fort. Dieses Mal das allererste Mal auch online, wie die Kieler Open Source und Linux Tage. Einmal werden die Vorträge hier in BigBlueButton laufen, die Informationen findet ihr alle auf der Kielux Webseite. Dann wird einmal dieser Stream oder das, was ihr jetzt quasi seht, also Bewegtbild, Präsentationsfolien und wenn die Referenten sich zeigen möchten, auch die Kamera im Internet übertragen. Einmal testweise auf den Kielux-Kanal. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt sowas mache. Keine Ahnung, wie gut mir das gelingt. Oder ob ich mich da irgendwo verheddere, dass das total daneben geht. Oder ob das jetzt gut klappt. Also das werde ich mal schauen, wie das ist. Genau. Wir haben eine kleine Verzögerung zwischen dem, was in BigBlueButton läuft, zu dem, was in YouTube läuft. Vielleicht ungefähr 20 Sekunden. Fragen oder Anmerkungen könnt ihr entweder direkt hier in BigBlueButton stellen in dem öffentlichen Chat auf der linken Seite und auch auf den YouTube-Kanälen. Wenn da irgendwas ist, werden wir versuchen, darauf einzugehen. Genau. Dann möchte ich mich auch nochmal beendet bedanken, die uns wieder den BigBlueButton Server zur Verfügung gestellt haben, wie auch schon bei den Kilo Open Source und Linux Tagen. Und ja, genau. Dann noch ein kurzer Überblick über das Programm. Da gebe ich mal kurz weiter an da ganz hinten. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir und vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen als Linux Guides und das Ganze jetzt auch auf dem Linux Guides YouTube-Kanal streamen können. Ich habe hier jetzt erstmal die Keylogs-Tasse ausgepackt und man muss ganz ehrlich sagen, die haben, waren tatsächlich, oder haben sie sich die Mühe gemacht, mir so eine Pinguin-Box zu schicken, wo Lebkuchen und Nüsse drin sind. Das ist richtig, richtig cool. Ist sogar mit so einem Relief. Also ich muss sagen, richtig, richtig cool. Vielen Dank da auch nochmal für. Und ja, wir haben heute insgesamt drei Vorträge. Einmal als erstes wird uns David Sommer, der ist ja auch schon im Raum drinnen, einen Vortrag über WhatsApp halten, wie sicher WhatsApp ist und wie sicher vielleicht auch die anderen Alternativen sind. Dann wird uns Samuel Albrecht um 15.30 Uhr einen Vortrag über OpenSSL halten, was man damit so alles machen kann. Und am Ende wird einmal Klaus Gotbersen einen Vortrag über Kryptowars halten. In der Hinsicht, ja, wird er ein bisschen was erzählen. Die Bürger, wie die Bürger am Ende, ja, gefordert werden und vielleicht aber auch ein bisschen überfordert sind. Ja, genau. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Und ich wünsche euch jetzt allen ganz, ganz viel Spaß und den Vortragenden auch sehr viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.